Kimberly fasste sich ein Herz und betrat nach kurzem Zögern das Büro der Handelsfirma. Ohne Zeit zu verlieren, ging sie direkt in die Personalabteilung, wo die Leiterin, eine hübsche Frau in den 50ern, sie über die Bedingungen und Anforderungen der Stelle informierte. Sehen Sie nicht besorgt über die große Zeitspanne zwischen Ihrem Studienabschluss und der neuen Anstellung hier? Oh nein, ich wollte schon immer für ein solches Unternehmen arbeiten, erwiderte Kimberly mit einem charmanten Lächeln. Nun, dann will ich Ihnen keine Steine in den Weg legen, es wäre töricht, jemanden eine Arbeit zu verweigern, wenn er sie so heiß begehrt. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind eingestellt, Grace wird Ihnen alles erklären, sie sitzt am Empfang, sehen Sie die hübsche Braunhaarige da drüben? Das ist sie, sagte Mrs. Goodman und trug etwas in ihre Akten ein. Grace erwies sich als angenehme Person, die der neuen Managerin ohne Umschweife die Besonderheiten der neuen Stelle erklärte. Die Firma ist großartig, aber das Personal ist, um ehrlich zu sein, ein bisschen gemein. Laura und Nicole stechen besonders hervor. Man muss bei ihnen auf alles gefasst sein, besonders am Anfang. Also rate ich dir, die Augen offen zu halten. Ich empfehle dir auch, den Computer nie eingeschaltet zu lassen und ein Passwort festzulegen. Zu deiner Sicherheit. Sagte Grace und gab Kimberly die Hand. Am nächsten Morgen erschien Kimberly früh im Büro und erntete einen anerkennenden Blick von Mrs. Goodman. Oh, du bist eine Frühaufsteherin, unsere Büroköniginnen kommen erst um neun zur Arbeit, bemerkte Grace, die die neue Mitarbeiterin schon in ihr Herz geschlossen hatte. Kimberly bekam einen Schreibtisch in der hintersten Ecke des Büros, sodass sie praktisch von neugierigen Blicken verborgen war. Sie schaltete sofort ihren Computer ein und begann mit der Suche und Bearbeitung von Aufträgen. Aber noch bevor sie eine Stunde gearbeitet hatte, wurde sie von zwei elegant gekleideten Frauen angesprochen, von denen die eine sagte, Oh, du bist die Neue, nicht wahr? Warum machst du uns nicht einen Kaffee? Kimberly nickte nur, ohne darauf etwas zu entgegnen und setzte unbeirrt ihre Arbeit fort. Sie hatte bereits vermutet, dass es Laura und Nicole waren, vor denen Grace sie gewarnt hatte. Eine Stunde verging und die frechen Frauen warteten immer noch auf ihren Kaffee. Schließlich, als sie es nicht mehr aushielt, kam Nicole auf sie zu und fragte trotzig, Ich verstehe nicht. Wo ist unser Kaffee? Darauf schenkte Kimberly ihr ein argloses, offenes Lächeln und sagte betont respektvoll, Ich schätze, euer Kaffee steht noch in der Küche. Er wird sich nicht alleine zubereiten. Nicoles Augen weiteten sich und ihr Gesicht wurde rot vor Wut. Also gut, wenn du es auf die leichte Tour nicht verstehen willst, sagte die Frau wütend, drehte sich auf den Absatz um und ging zu ihrem Schreibtisch zurück. Kimberly musste sich ein Lächeln verkneifen und setzte ihre Arbeit fort, als ob nichts geschehen wäre. Als das Büro in die Pause ging, kam Grace auf sie zu und sagte, Das hättest du nicht tun sollen. Jetzt werden sie dir das Leben zur Hölle machen. Nicole wird von ihrer Tante, der Hauptbuchhalterin, unterstützt. Deshalb tut sie so, als ob sie sich alles erlauben könnte. Außerdem glaubt sie, dass der Direktor ein Auge auf sie geworfen hat. In jedem Fall hast du dir heute einige Feinde gemacht. Das ist kein Problem. Wir werden sehen, wer länger durchhält. Erwiderte Kimberly lächeln und machte sich an die Arbeit. An ihrem ersten Tag im Büro hatte sie doppelt so viele Aufträge bearbeitet, wie Laura und Nicole zusammen. Kimberlys Geheimnis war einfach. Harte Arbeit und Ausdauer. Und die unfreundlichen Kolleginnen machten sich nicht an die Arbeit, bevor sie nicht ihren Kaffee getrunken und sich ausgiebig unterhalten hatten. Daher rührte ihre niedrige Produktivität, die dem Wohlergehen des Unternehmens abträglich war. Natürlich blieb Kimberlys Fleiß nicht lange unbemerkt, was Laura und Nicole nur noch wütender auf sie machte. Meistens drückte sich die Abneigung der Kolleginnen in Gemeinheiten aus, mit denen sie Kimberly von Zeit zu Zeit ärgerten. Dann war ihr Stuhl klebrig, der Schreibtisch schmutzig oder auf die Tastatur hatte jemand Kaffee verschüttet. Mit der Zeit gewöhnte sie sich an die Boshaftigkeiten von Laura und Nicole. Und bevor sie sich an ihren Schreibtisch setzte, überprüfte sie als erstes ihren Stuhl auf Flüssigkeiten. Kimberly hatte etwa einen Monat lang im Büro gearbeitet. In dieser Zeit hatte ihr außer Grace am Empfang und Mrs. Goodman niemand Zuneigung gezeigt oder Gesellschaft geleistet. Alle warteten gespannt darauf, dass Laura und Nicole die motivierte Mitarbeiterin aus dem Büro vertrieben, wie sie es mit Grace getan hatten. Auch sie wollte unbedingt als Managerin arbeiten und Abteilungsleiterin werden. Aber ihre unausstehlichen Kolleginnen gaben mir nicht den Hauch einer Chance. Also bot ich Grace die Stelle im Empfang an. Glauben Sie mir, ich habe es nicht bereut, dass ich mich für sie entschieden habe, sagte Mrs. Goodman stolz. Nun, ich weiß nicht, wenn es nach mir ginge, hätte ich diese faulen Dinger, die nur schicke Klamotten und Restaurants im Kopf haben, längst hinausgeworfen, sagte Kimberly. Die Personalleiterin schüttelte daraufhin den Kopf und meinte bedauernd, dass das unausstehliche Pärchen einen einflussreichen Gönner hatte. Aber Kimberly hatte ihre eigene Meinung zu diesem Thema und im Gegensatz zu den übrigen Mitarbeitern des Büros wusste sie mehr, als es auf den ersten Blick schien. Sie kam nämlich mit einem luxuriösen Wagen der Oberklasse zur Arbeit, den sie umsichtig auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz zwei Blocks vom Büro entfernt abstellte. Und Kimberleys Ehemann war derselbe Gordon Smith, der Besitzer der Handelsfirma war. Vor etwa einem halben Jahr hatte der Geschäftsmann beschlossen, die Leitung des Unternehmens an seine Frau zu übergeben. Zu dieser Zeit war Gordon dabei, sein Handelsnetz zu erweitern und dadurch nicht mehr in der Lage, sich um alle Filialen selbst zu kümmern. Zumal er seinen geschäftlichen Erfolg Kimberley verdankte, die sich mit Wirtschaft und Büroarbeit auskannte. Scherz, ich habe nichts dagegen, die Firma zu leiten. Ich habe nur eine Bedingung. Bevor ich die Zügel in die Hand nehme, möchte ich mir das Team von innen ansehen, sagte sie und berührte die Schulter ihres Mannes. Oh, ich erkenne die alte Kimberley wieder. Schon an der Universität warst du immer für Kontrollen und Experimente zu haben, sagte Gordon mit einem Lächeln. Die Lücke zwischen Studium und Arbeitsbeginn war durch die Geburt ihres Sohnes Kevin verursacht worden, der unmittelbar nach dem Universitätsabschluss seiner Mutter zur Welt kam. Sobald der Junge in der Obhut eines Kindermädchens bleiben konnte, half Kimberley ihrem Ehemann beim Aufbau des Familienunternehmens. Zu diesem Zweck hatte die junge Frau das Versteckspiel veranstaltet, das sich nunmehr in der Endphase befand. In der Maske einer unauffälligen Büroangestellten setzte Kimberley ihren Plan in die Tat um. Und wann kann ich dich als neue Direktorin vorstellen? Fragte Gordon interessiert, nachdem seine Frau etwa zwei Wochen lang gearbeitet hatte. Schon bald, denke ich, gib mir noch etwas Zeit, um die Arbeit des Personals neu zu organisieren. Am nächsten Tag wurde im Büro bekannt gegeben, dass anlässlich der Ernennung des neuen Direktors eine Feier für die Mitarbeiter des Unternehmens stattfinden würde. Natürlich musste die unausstehliche Nicole die Gelegenheit nutzen, um die neue Mitarbeiterin zu necken. »Hast du etwas zum Anziehen? Oder gehst du im Kleid deiner Oma zur Party?« Fragte sie mit einem sarkastischen Lächeln. »Ich denke, du solltest dich um dich selbst kümmern, denn es wird schwer sein, bei Schnäppchenverkäufen Kleidung in deinem Stil zu finden.« Erwiderte Kimberley, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ganze Büro brach in lautes Gelächter aus. Auf Nicoles Gesicht bildeten sich rote Flecken. Diese Runde war an die neue gegangen, die bewiesen hatte, dass sie Sinn für Humor besaß. Als Kimberley am Abend nach Hause fuhr, bemerkte sie Grace, die im kalten Herbstwind an der Bushaltestelle stand und vor Kälte zitterte. Wahrscheinlich hatte der Bus Verspätung und die junge Frau hüpfte auf der Stelle, um sich warm zu halten. Dieser Anblick versetzt Kimberley einen Stich ins Herz und ohne zu zögern hielt sie vor der verwirrten Grace an. »Was schaust du mich so an? Komm schon!« rief sie mit einem Lächeln und bedeutete Grace einzusteigen. »Ach du meine Güte! Woher hast du so ein schickes Auto? Das muss eine Menge Geld gekostet haben!« rief Grace erstaunt aus. Aber Kimberley winkte ab und leitete das Gespräch in eine andere Richtung. »Kommst du am Freitagabend zur Firmenfeier?« fragte sie, während sie ihr Fahrzeug selbstbewusst zwischen den Autos hindurch manövrierte. »Wahrscheinlich nicht. Ich habe kein Kleid und im Moment keine Möglichkeit, mir eines zu kaufen. Meine Mutter ist krank und braucht in letzter Zeit immer mehr Medikamente«, antwortete Grace mit einem traurigen Seufzer. Kimberleys Herz verkrampfte sich. Die junge Frau, die ihr Bestes tat, um ihrer kranken Mutter zu helfen, tat ihr leid. »Weißt du was? Warum gehen wir nicht gemeinsam in einen Laden und besorgen dir ein Kleid?« fragte Kimberly. »Nein, ich habe das Geld nicht und ich kann es dir auch nicht zurückgeben«, antwortete Grace abwehrend. Als Antwort darauf hielt Kimberly vor der nächsten Boutique, wo sie Grace ein Kleid kaufte, das ihr gefiel. »Vielen Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen«, sagte sie mit Tränen in den Augen. »Gern geschehen, meine Liebe. Wir sehen uns am Freitag auf der Party und jetzt bringe ich dich nach Hause«, sagte Kimberly und lächelte aufmunternd. Trotz der großen Anzahl von Aufträgen schien die Arbeitswoche kein Ende zu nehmen. Als endlich der lang ersehnte Freitag kam, waren alle Mitarbeiter der Firma in freudiger und etwas ängstlicher Erwartung aufgrund der bevorstehenden Veränderungen. Jeder wusste, dass Gordon Smith, der Eigentümer des Unternehmens, heute den neuen Direktor vorstellen würde. Nicole und Laura hatten sich nach der neuesten Mode gekleidet und waren überrascht, die ihrer Meinung nach unscheinbare Grace in einem hübschen Kleid zu sehen. Aber der größte Schock ereilt die Freundinnen, als sie erfuhren, dass Gordon Smith Kimberly als die neue Direktorin vorstellte. »Wie ist das möglich? Soll das ein Scherz sein?«, rief Laura und wollte ihren Augen nicht trauen. »Liebe Mitarbeiter, um all Ihre Fragen zu beantworten, Kimberly ist meine Frau und allen Erfolg verdanke ich ihr und niemanden sonst. Deshalb freue ich mich sehr, Sie als die neue Direktorin vorstellen zu dürfen«, sagte Gordon Smith in unmissverständlichem Ton. Alle Anwesenden klatschten begeistert, nur Laura und Nicole standen mit gesenkten Köpfen da. Das unausstehliche Paarbegriff, dass ihre Vormachtstellung in der Firma vorbei war. Und das bedeutete nur eines. Jetzt würden sie, trotz der Schirmherrschaft der Hauptbuchhalterin, entlassen werden. Aber am meisten freute sich Grace, der Tränen der Dankbarkeit über das Gesicht liefen. Kimberly übertrug in ihrer ersten Entscheidung Grace die Leitung der Abteilung. Die neue Direktorin wusste, dass die junge Frau seit Jahren hart in der Firma arbeitete und zweifelsohne eine Beförderung verdient hatte. Außerdem wurden auf persönliche Anweisung des Firmeninhabers Howard Smith ein hoher Geldbetrag für die Behandlung von Grays Mutter bereitgestellt, sodass sie sich einer Operation und der anschließenden Rehabilation unterziehen konnte. Nachdem sie die Leitung der Firma übernommen hatte, veränderte Kimberly das Arbeitsklima und sorgte dafür, dass Spott und Respektlosigkeit zwischen den Kollegen der Vergangenheit angehörten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017